so hallo hallo und herzlich willkommen zurück beim neuen video von mir wird ein kleines keine ahnung 30 sekunden video oder so aber ich wollte euch nur mal zeigen wie verpackt Prozent kommen wird aus der Teilweise ist um ich habe gehört die sie um ab auf kristall gespielt hier mit Prozent den Menschen mit vier digital und angenommen aus meinem Klan um und gerade die sie bekommen habe gesagt ja ich bin jetzt mal runter und normalerweise wenn du da runterfällst um auf dem Boden der Stadt quasi da steht der auf der Map und weil ich ja sie hatte da bin ich nicht gestorben ich habe mir dann die Stadt ein bisschen auch mal angesehen also die Beine da unten sehen aus wie die Pappe da habe ich auch gleich ein zwei Screens gemacht das sieht richtig komisch aus naja und dann bin ich halt so um so eine Ecke gejumped hier und naja dann bin ich hier irgendwie unter unter die Stadt unter die Map hier ich stehe jetzt irgendwo im Himmel naja eigentlich ganz lustig aus kann ich nichts weiter tun also ich werfe mal eine Nate aber ja gut die fliegt gar nicht es passiert auch nichts also ich kann mich zwar bewegen irgendwie ja so nach links und rechts seht ihr rechts oben auf dem Minimap aber das war es dann auch schon naja ich fand es einfach gerade so lustig und irgendwie so komisch dass ich gesagt habe ich mach mal ein Video davon und ja das war es eigentlich schon wieder danke fürs zuschauen und ja vielleicht sieht man sich ja mal in ein Game mit mir freuen könnt ihr mich auch gerne immer anschreiben ähm ja bis dahin würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Video und macht's gut tschüss 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 tschüss